Keine Ahnung, was das sein soll. Pop-Literatur. Christian Kracht hat diesen Satz gesagt, Ende der 90er Jahre, in einem Interview. Dabei hätte er es doch genau wissen müssen. Immerhin hat sein Roman Faserland damals den Hype um die neue deutsche Pop-Literatur eingeläutet. Tja, was ist Pop-Literatur eigentlich? Wer hat dieses Label erfunden und was ist aus ihm geworden? Heute, wo doch alles irgendwie Pop ist. Warum Pop vielleicht den besseren Zugriff auf die Welt liefert, als die meiste gängige Gegenwartsliteratur, darüber diskutieren wir heute in Wagnis Wissen. Ein Wissenschaftspodcast von Dick Reuter mit mir, Nadine Kreuzhaler und Gästen aus der Wissenschaft zu wichtigen Fragen unserer Gegenwart. In dieser Staffel von Wagnis Wissen spreche ich mit LiteraturwissenschaftlerInnen über verschiedene Positionen zur Pop-Literatur. Heute ist Moritz Basler mein Gast. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Münster und hat bei Dick Reuter das Handbuch Pop und Literatur herausgebracht, gemeinsam mit Eckhard Schumacher. Vor etwa 20 Jahren hat er mit seinem Buch Der deutsche Pop-Roman mit dafür gesorgt, dass sich der Blick auf die Pop-Literatur verändert hat. Er war der Erste, der sich überhaupt fundiert wissenschaftlich mit der neuen deutschen Pop-Literatur auseinandergesetzt hat. Bis dahin galt sie eher als oberflächlich und wenig anspruchsvoll. Mit seinen Thesen zum neuen Mitkalt und einem populären Realismus hat er vor zwei Jahren eine Debatte ausgelöst. Ich freue mich, dass Moritz Basler mir jetzt zugeschaltet ist. Aus Münster. Hallo Herr Basler. Hallo Frau Kreutzler. Ich möchte mal einsteigen mit einem Zitat. Also, es fängt damit an, dass ich bei Fischgosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke. Fischgosch. Das ist eine Fischbude, die deswegen so berühmt ist, weil sie die nördlichste Fischbude Deutschlands ist. Also, ich stehe da bei Gosch und trinke ein Jever. Weil es ein bisschen kalt ist und Westwind weht, trage ich eine Barberjacke mit Innenfutter. Ja, Sie haben bestimmt erkannt, aus welchem Roman dieser Anfang stand, oder? Ja, das ist der Anfang von Faserland, klar. Genau. Faserland von Christian Kracht. Als das Buch 1995 erschien, war es ja, glaube ich, sofort ein großer Erfolg beim Publikum. Aber von der Literaturkritik wurde es verrissen und von der Literaturwissenschaft ja auch erstmal nur mit spitzen Fingern angefasst, oder? Wie war denn Ihre persönliche Reaktion damals? Wissen Sie das noch? Ja, ich war sofort begeistert. Ich habe Parallelen gesehen zu Nick Hornby, was ja im gleichen Jahr erschienen ist. Aber vor allem war natürlich diese Häufung von Markennamen am Anfang von so einem Text, das war was völlig Neues. Eigentlich, das kannte man so nicht. Und als ich mich dann mit Popliteratur mehr auseinandergesetzt habe, habe ich eher den Fokus auf andere Autoren erstmal gelegt, weil bei Kracht diese Markennamen und so zwar wichtig sind im Text, aber die kommen nicht so listen- und katalogeartig. Das war ja das, was mich ursprünglich interessiert hatte. Trotzdem wusste ich von Anfang an, dass das ein super spannendes Buch ist. Matthias Politicki hat damals gesagt, man kann es nicht von einem vollgeschwalten Blatt Papier unterscheiden. Und dass das falsch war, wusste ich. Und darf ich kurz erzählen, warum? Ja, gerne. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und der Protagonist, das fängt ja in der Liste auf Sylt an, also am nördlichsten Punkt von Deutschland. Und er fährt dann mit der Bahn runter und dann schläft er ein. Und an diesem Ort, wo er einschläft, da reflektiert er über etwas, was er in der Zeitung mal gelesen hat, dass nämlich unter einer Brücke immer das Klopapier aus der Eisenbahn runtergefallen ist und die Leute sich darüber aufgeregt haben. Und ich weiß zufällig, welche Brücke das ist, weil ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin. Und in dem Moment, wo er das da praktisch in dem Roman einfügt, obwohl er ja schläft, fährt er genau über diese Brücke. Das wusste ich. Das ist dem Roman dabei nicht zu entnehmen. Und da wusste ich schon, da in diesem Roman ist noch viel mehr drin, als man so auf den ersten Blick sieht. Und was ist dann aber genau das Faszinierende? Also ich merke da schon eine Nähe einfach zur eigenen Gegenwart, zur eigenen Realität, die Sie erlebt haben, die Sie kannten aus der Jugend. Und Sie konnten sich identifizieren in gewisser Weise. Aber was steckte da noch mehr drin? Warum haben Sie sofort gedacht, das ist ein besonderer Text, so aus literaturwissenschaftlicher Sicht? Ehrlich gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, literaturwissenschaftlich habe ich erst mal woanders, bei anderen Texten angesetzt, bei Stuckrad-Bache und so. Und bei Kracht kam mir das, was das wirklich Neue ist, erst später. Aber es war völlig klar, dass die Leute, die gesagt haben, oh, das ist hier so ein reicher Schnösel, der schreibt da irgendwie so ein gelangweiltes Zeug und findet sich irgendwie besser und so, dass die das nicht richtig gelesen haben. Und es war mir auch damals schon klar, dass Leute, die da sich voll identifiziert haben und gesagt haben, ja, es ist wirklich die Entscheidung zwischen der grünen und der blauen Barberjacke ist wichtiger als die zwischen CDU und SPD, dass die das auch falsch gelesen haben. Denn es handelt sich ja um Rollenprosa. Ja, hier wird ja eine Figur entworfen, die bestimmte Dinge sichtbar macht, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hat in der deutschen Literatur. Und das geht schon mit diesen Markennamen, die ja immer so zwischen Ekel und Begeisterung changieren. Damit geht das ja schon los. Erst sehr viel später habe ich gemerkt, was da noch drin steckt. Zum Beispiel heißt das Ding ja Faserland. Und es war mir damals schon klar, okay, es gibt diesen Roman von John Harris, diesen Thriller, Fatherland. Darauf muss ich das ja irgendwie beziehen. Dann habe ich da in den Thriller reingeguckt, habe nichts gefunden. Habe gedacht, okay, das ist eine falsche, eine kalte Spur. Und dann erst sehr viel später, als Kracht selber einen parahistorischen Roman geschrieben hat, habe ich mir Fatherland nochmal ganz durchgelesen. Und erst ganz am Ende, ja, ganz am Ende dieses Thrillers kommt dann plötzlich die Stelle, an der es wichtig ist, wo nämlich in diesem Thriller von Harris, ja, der Mann sagt, wir fahren in die Schweiz und die Frau da auch hinfährt. Und der Mann fährt aber nicht in die Schweiz, sondern er fährt nach Auschwitz. Und das ist natürlich ein total wichtiger Subtext für Faserland. Den hat aber damals überhaupt niemand bemerkt. Faseln steckt ja auch noch mit drin, ne? So schön in dem Titel. Faseln steckt drin, es steckt auch natürlich die Faser drin, also die Klamotten, die Barberjacke und so, die T-Shirts, um die es da immer geht. Da steckt eine ganze Menge drin. Aber eben auch dieser intertextuelle Bezug. Kurz darauf ist ja dann Solo-Album von Benjamin von Stuckrad-Barre erschienen. Die Reaktionen waren ja, glaube ich, ähnlich, oder? Also Schnöselliteratur, da war ja auch hier die Rede davon in den Feuilletons. Oberflächlichkeit, Anspruchslosigkeit. Warum waren eigentlich die Reaktionen damals so heftig auf diese Pop-Literatur? Ja, Geschmacksterrorismus hat der Spiegel damals geschrieben. Warum waren die Reaktionen so heftig? Eigentlich ist das eine spannende Frage, die man nochmal wirklich diskurshistorisch angehen müsste. Das hat auch noch niemand so richtig gemacht. Also hier war eine Literatur, die ja offensichtlich ein positives Verhältnis ausgestellt hat zur Medienlandschaft, zum Pop, zur Konsumkultur. Das mit einer totalen Longchalance, mit so einer Art Distinktionsgestus gemacht hat. Und das ist natürlich klar, dass das mit dem Literaturbegriff, der damals im Schwange war und der sicherlich auch immer noch von einer Frankfurter Schule und solchen Vorstellungen geprägt war, dass das geklasht hat. Ja, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also von daher kann man das gut erklären. Was ich mir nicht so richtig erklären kann, ist, wieso haben die überhaupt darauf reagiert. Die hätten es einfach ignorieren können. Die hätten ja sagen können, das erkennen wir nicht als literaturförmig an. Also das, was sie geschrieben haben, hätten sie einfach stillschweigend wahrnehmen können. Aber alle haben sich sofort darauf angesprungen, was ja gezeigt hat, hier war was Neues, Wichtiges, was offenbar auch als Literatur wichtig war. Sie haben sich ja schon relativ früh als Literaturwissenschaftler dann dafür interessiert, für diese Popliteraten der 90er Jahre. Also schon 2002 ist ja ihr Buch Der deutsche Poproman erschienen, der den schönen Untertitel trägt, Die neuen Archivisten. Gucken wir uns doch mal konkret das Beispiel Stuckrad Barre an und seinen ersten Roman Soloalbum. Also ihm widmen sie ja auch ein ganzes Kapitel im Handbuch Pop und Literatur. Was ist hier, was ist an dieser Art der Literatur so aufregend, so neu? Ja, das war ja eine Literatur, die junge Leute gleich total begeistert und freiwillig gelesen haben. Also die war gut lesbar. Die ließ sich verschlingen. Gleichzeitig, solche Literatur kennt man ja eigentlich und würde man sagen, das ist tendenziell eher so populäre, vielleicht triviale Literatur. Aber die Literatur, die man kennt, die läuft ja über Plots, so wie Krimis oder Thriller oder so. Das ist normalerweise die Literatur, die man begeistert liest. Und diese Literatur, also Soloalbum hat ja im Grunde keinen Plot. Da ist jemand, okay, die Freundin hat ihn verlassen, das ist aber so mehr oder weniger alles. Ja, es passiert ja nichts. Es lässt sich sozusagen, auf der Handlungsebene passiert nichts. Es gibt keine Cliffhanger, es gibt keine Spannungsbögen, das ist alles weg. Stattdessen, was gab es da? Es gab im Grunde Listen. Es gab Kataloge. Im Roman gibt es eine Stelle, wo er das Verfahren eigentlich selber ausstellt, wo er sagt, ich sammle die nackten Girls aus der Bild-Zeitung und zwar nicht die Bilder von diesen Girls, die früher auf der ersten Seite der Bild-Zeitung immer zu sehen waren, heute ja zum Glück nicht mehr, sondern die kleinen Texte darunter. Und dann hat er diese Texte im Grunde geschnippelt in verschiedene Stücke und hat gesehen, die sind immer gleich aufgebaut. Immer irgendwie guter Name, dann gutes Alter, dann irgendwie ihr Beruf, dann warum ist sie gerade nackt und solche Sachen. Das hat er dann immer praktisch zugeordnet einer Rubrik und hat das untereinander geschrieben. Also Strukturalismus-Einführung kann ich genau anhand dieses Buches immer gut geben. Und hat dann genau gesehen, wie das gemacht ist und konnte daraus dann wieder selber einen Text bauen. Das heißt, hier arbeitet jemand mit dem Archiv der Pop- und Medienkultur und schreibt sich da einerseits selber ein und andererseits beobachtet er das. Und das wird ja im Unterschied zu Thrillern, wenn wir Thriller lesen, dann beachten wir die Zeichen nicht. Aber in dieser Pop-Literatur waren die Zeichen ja auffällig, weil wir das noch nie gelesen hatten, diese ganzen Listen von Pop-Songs oder von Markennamen oder so. Das war ja neu in der deutschen Literatur. Und ich kannte diese listenförmigen Sachen aus der Literatur des Fonds des Siegles eigentlich, also aus der klassischen Moderne. Da hatte ich mich damit schon mal beschäftigt und das habe ich da wieder erkannt. Nur, dass es eben andere Sachen waren, die aufgelistet wurden. Keine Edelsteine und Orchideen mehr, sondern jetzt plötzlich Pop-Songs und Markennamen. Er gibt ja den Kapiteln auch die Namen eines Oasis-Albums, wenn ich mich richtig erinnere. Also Oasis, die Band, die Musik spielen ja im Solo-Album auch eine wichtige Rolle. Die spielen eine große Rolle, ja, wenn es so einfach wäre. Also ich habe mal einen Freund und Oasis-Kenner gebeten, mir diese Kapitel zusammenzustellen. Das ist gar nicht so einfach. Das sind zum Teil sehr schwer zugängliche Titel. Das ist nicht einfach von einem Album. Aber ja, es gibt ja auch praktisch eine Vorder- und Rückseite dieses Solo-Albums und auch schon der Titel ist ja praktisch der Name einer Schallplatte. Wobei er eben sagt, Solo-Alben sind immer scheiße. Im Unterschied zu den Band-Alben, was natürlich dann wieder auf den Liebeskummer rekurriert und so. Pop-Literatur bezieht sich ganz stark auf Popmusik. Das ist in den 90er Jahren praktisch deren Leitkultur, könnte man sagen. Man möchte auch ein bisschen so sein wie Popmusik, glaube ich. Im Solo-Album kommt noch dazu, dass es dieses tolle Schlusskapitel gibt, wo er nach all dieser Oasis-Verehrung dann auf ein Oasis-Konzert geht mit seinen Freunden. Und es zeigt sich, dass Oasis überhaupt nicht so stylisch und cool und sowas sind, wie sie das eigentlich gedacht haben. Aber sie feiern das trotzdem ab. Und das ist auch, finde ich, ein ganz toller Moment, wo man sieht, all diese Dinge sind natürlich künstlich. All diese Dinge sind Pop in dem Sinne, dass man sich einfach dazu entscheidet, das jetzt super zu finden. Und dieses Super-Finden, was ja auch mit Distinktionen einhergeht, steht immer schon in Anführungszeichen. Und das wird mit diesem letzten Kapitel nochmal sehr, sehr klar gemacht. Das finde ich ein großartiges Kapitel eigentlich. Jetzt gehören ja auch, wo wir schon bei Popmusik sind, Inszenierungen, Auftritte, also Imagepflege, sowas gehört ja auch dazu. Und das, finde ich, gehört ja auch bei den Popliteraten oder Literatinnen der 90er Jahre mit dazu, oder? Ich erinnere mich schon noch an so Auftritte von Benjamin von Stuckrad Barre, so völlig überzogene, sich feiern lassen Auftritte, auch im Fernsehen. Ja, also was die gemacht haben, und das ist auch was, was natürlich in der normalen Literaturszene erstmal über Fremden hervorgerufen hat, die haben sich halt inszeniert. Die haben also praktisch diese Person, die sie in ihren Büchern entworfen haben, haben sie auch im wirklichen Leben dargestellt. Ja, das hatten, Reinhard Götz hat ihnen das im Grunde schon vorgemacht. Und das haben die perfektioniert. Die traten dann in irgendwelchen Anzügen auf. Dabei waren sie ja gar nicht. Also Krach war vielleicht reich, aber Stuckrad Barre nie hier damals. Und gaben sich eben so, wie soll man sagen, haben sich dann im Hotel Adlon getroffen zu diesem Tristesse-Royal-Gespräch und sowas. Und gerade Stuckrad Barre ist natürlich dann auch aufgetreten wie ein Popstar. Das wurde im Rolling Stone angekündigt, das in Lesungen. Und klar, der hat sich feiern lassen, der hat Musik aufgelegt. Aber ich habe auch gedacht, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in Rostock. Und da hat er auch, das hätte auch alles schief gehen können. Ja, der hat sich auch echt aufs Spiel gesetzt da, indem er eben so mit so Ostdingen da gespielt hat. Und das war also schon auch, hat mir auch Respekt abgenötigt. Das war nicht einfach nur, hat immer funktioniert, sondern das war schon auch ein Risiko, was sie da eingegangen sind. Wie immer live ein Risiko ist. Ja, weil Sie gerade Reinhard Götz schon erwähnt haben. Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Geschichte werfen von Popliteratur. Denn Popliteratur gibt es natürlich nicht erst seit den 90er Jahren. Ja, wenn ich ehrlich bin, wusste ich das nicht, als ich damals das Buch geschrieben habe. Das hat man mir dann beigebracht. So Hubert Winkels und Dennis Scheck und diese Leute haben dann gesagt, ja, hör mal zu. Das gab es doch schon lange. Da waren wir doch früher schon mal. Ah ja, okay. Wie haben Sie dann die Popliteratur, die frühere, entdeckt? Also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es ja schon mal eine Popliteraturwelle. Habe ich auch gelernt jetzt durch das Handbuch Pop. Auf jeden Fall. Ja, wie habe ich die entdeckt? Ich war ja plötzlich der Experte für Popliteratur. Dabei wollte ich ja nur eigentlich über so Katalog, über Archivisten und Katalogliteratur und sowas schreiben. Und der Beck Verlag hat ihm vernünftigerweise den Titel der Deutsche Pop-Roman gegeben. Und plötzlich war ich Pop-Experte. Und dann musste ich mich natürlich ganz schnell heranbilden. Und dann lernt man, dass es eben in den späten 60ern, frühen 70ern schon mal eine Phase gab, wo auch das Wort schon benutzt wurde. Und dann gab es, würde ich sagen, so Anfang der 80er mit Joachim Lottmann und so. Und dann fängt Götz ja an. Gibt es auch nochmal eine Phase, die eindeutig sich auch auf Pop bezieht. Und das ist dann aber immer wieder, könnte man sagen, ein bisschen eingeschlafen. Und erst so Mitte, Ende der 90er, mit die diese Popliteratur war dann doch so stark und so dominant in der literarischen Szene, dass man, so war mein Eindruck, von dort aus im Grunde rückwirkend, ja, von einer wichtigen Gegenwart aus rückwirkend eine Geschichte konstruiert hat, zu der dann diese beiden ersten Phasen, also ich sag mal als Namen Rolf-Dieter Brinkmann und Reinhard Götz auch schon gehört haben. Und Götz hat dann ja später auch in den 90ern dann noch weitergemacht. Rolf-Dieter Brinkmann war schon tot. Was unterscheidet denn jetzt, würden Sie sagen, diese erste Welle, wenn man so will, von der zweiten dann, die in den 90er Jahren einsetzt? Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von Brinkmann oder Schottierwitz oder sowas gelesen haben. Das bezieht sich auch auf Popkultur und Konsumkultur. Also Brinkmann druckt zum Beispiel seine Gedichte auf Unterwäschemodels oder so. Solche Sachen machen die da oder beziehen sich auch auf Popmusik. Aber von den Verfahren her ist das noch ganz stark Avantgarde oder eben auch, sie orientieren sich an der Beat-Literatur der amerikanischen und benutzen dann so Techniken wie Cut-Up oder Collage oder Brinkmann orientiert sich am Nouveau-Roman in Frankreich. Das heißt, das ist formal eher schwer zugängliche Literatur. Das spielt zwar mit diesen Signifikanten der Popkultur, aber eigentlich hat dieses Spiel erstmal nur den Zweck, die Hochkultur zu schocken, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch viel schneller, hat das Eingang in akademischen Unterricht und so gefunden, weil es eben von den Verfahren her sehr viel komplexer und schwieriger zunächst mal aussieht als die leicht gutierbare, leicht lesbare Popliteratur der 90er Jahre. Könnte man sagen, damals war die Popliteratur subversiv, wollte sich abgrenzen von der, ja Sie haben es gerade gesagt, Hochkultur, Hochliteratur, auch gesellschaftskritisch sein? Na, das wäre ja so ein Vorurteil, dass man sagt, okay, die 70er Jahre Popliteratur, das ist subversiv, das ist gesellschaftskritisch, das ist was weiß ich, links. Und dann kommen diese braven, reichen Schnösel in den 90er Jahren und sind im Grunde systemstützend oder so. Das halte ich für Quatsch. Also das erste stimmt, aber diese Art von Avantgarde und Protest und so hat sich ja auch totgelaufen. Das ist, das ist ja, das würde, hätte in den 90er Jahren niemanden hinterm Ofen hervorgeholt, wenn man noch jemand wie Rolf Dieter Brinkmann geschrieben hätte. Und die Reaktion auf diese vermeintlich so unsubversive Literatur zeigt ja, dass sie das eigentlich subversive war. Die haben wirklich aufgemischt, die literarische Landschaft. Also das andere, das scheint mir so ein Klischee zu sein. Und es gab auch frühe Bücher über die Popliteratur, die es genauso formuliert haben, aber das halte ich für Unsinn. Jetzt finde ich ja interessant, dass die Verlage selbst und auch die AutorInnen selbst damals gar nicht daran gedacht haben, ihre Literatur als Popliteratur zu bezeichnen. Also dieses Label wurde ihnen ja eher von den Medien aufgedrückt und wurde dann natürlich auch zu einer Art Marke, die wiederum sich gut vermarkten ließ. Also doch auch immer mit diesem kommerziellen Interesse oder mit diesem kommerziellen Ton kann man die Popliteratur ja in Verbindung bringen, der 90er. Naja, also ja, einerseits stimmt das. Es ist ein Label und das hat vielleicht dann dazu beigetragen, dass sich das gut verkauft hat. Man hat dann ja Unterschieden auch zwischen Kiwi-Pop, also was bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist, wie Kracht und Stuckrad-Barre und Surkamp-Pop. Ja, Surkamp hat dann gesagt, bei uns ist doch der eigentliche Pop und hat dann Thomas Meinecke und Neumeister und Götz und so unter demselben Label verkauft. Das ist ja legitim. Das kann man ja so machen. Auf der anderen Seite ist auch ganz normal, dass sich Autoren nie einer Schule zugehörig fühlen wollen. Die wollen sich da nicht in so eine Schublade stecken lassen. Stuckrad-Barre hat früh gesagt, Popliteratur, das ist so ein bisschen so ein Wort wie Kinderteller. Das ist eben dann nicht die richtige Literatur, sondern das ist irgendwas neben der eigentlichen Literatur und das wollte man natürlich auch nicht sein. Es ist so ein Mittelding. Popliteratur könnte man natürlich sagen, ja, es ist kommerziell, wenn man das verwendet. Auf der anderen Seite hatte es immer ja auch was despektierliches, so von Popliteratur zu sprechen. Also man muss das ja erst auch positiv umfassen, diesen Begriff. Kracht hat das ja nie so ausdrücklich gemacht auch. Ja, es wurde ja am Anfang auch, Sie haben es ja schon angesprochen, abwertend benutzt, dieses Label. Also Popliteratur war ja am Anfang so, naja, das ist so die leichte, eben die poppige Literatur, die da so daherkommt. Sie haben es ja, Sie haben auch schon angesprochen, die besondere Art oder die Form des Realismus und das ja eben doch auf den zweiten Blick viel mehr drin steckt, als eben nur diese Oberflächlichkeit der Markennamen und Auflistung von irgendwelchen popkulturellen, ja, Attributen. Welche Art von Realität oder welche besondere Form von Realismus steckt denn in dieser Popliteratur? Ja, das ist eine Frage, die eigentlich eine sehr ausführliche und komplexe Antwort brauchen würde. Ich versuche das mal über die Markennamen zu schalten. Man kann sich ja vorstellen, in einem realistischen Text kommt ein Markenname vor, sagen wir bei Günter Grass oder so, da gibt es das ja mal. Und dieser Markenname dient dazu, praktisch möglichst realistisch die Welt abzubilden, wie sie halt ist. Ja, da ist man in einer Küche und da steht eben dann, was weiß ich, ein Scheuermittel und da sieht man, dass das Atta heißt oder so. Das wäre ein, das wäre praktisch eine realistische, Literaturwissenschaftler sagen, mitonymische Verwendung von Markennamen, weil die in so ein Frame, einfach so ein Frame Küche reingehören, dann schreibe ich das da rein. Das ist nicht die Verwendung in der Popliteratur. In der Popliteratur wird oft gar nicht abgebildet, was da ist. Ja, es geht nicht darum, das möglichst genau abzubilden, sondern es wird eigentlich eine Art kulturelles Wissen, eine Enzyklopädie abgebildet. Es gibt diese tolle Stelle im Soloalbum, wo er ein Mädchen auf einer Party trifft, man erfährt über das Mädchen eigentlich nichts und dann stellt er sich vor, wie deren Zimmer aussieht. Ja, er sieht das Zimmer aber nie, er beschreibt das Zimmer nicht, er kennt es gar nicht, sondern er stellt sich einfach vor, er assoziiert sozusagen zu dem Aussehen dieser jungen Frau, was sie wohl für Musik hört, wie wohl ihr Bett aussieht, ob sie eine Lavalampe hat und solche Geschichten. Das sind also, praktisch sind das so kulturelle Hallräume, so Enzyklopädien, die da aufgemacht werden und zwar solche, die die Literatur bisher noch nicht aufgemacht hatte. Und das sind keine realistischen, abbildenden Schilderungen, die man sozusagen mit der Wirklichkeit vergleichen kann, sondern, und das ist ja Pop. Pop, denken Sie an Hitlisten. Man ist Beatles-Fan, aber man weiß genau, die Stones sind sozusagen genauso, genauso wichtig. Und es gibt immer diese äquivalenten anderen Möglichkeiten, die mitgedacht werden. Und das ist, glaube ich, das, was Pop macht. Es bildet so, ich nenne das para, paralogische Strukturen aus. Also nicht einfach abbilden, abbilden, was man dann nur mit dem Vergleich kann, ist das jetzt gut oder schlecht abgebildet, ist es denn wirklich so oder nicht, sondern im Grunde so kulturelle Möglichkeitsräume aufmachen. Das ist das Besondere von Pop. Jetzt haben Sie im vergangenen Jahr ja ein Buch veröffentlicht, Populärer Realismus heißt das. Und grob vereinfacht, zusammengefasst würde ich sagen, attestieren Sie da einem Großteil der Gegenwartsliteratur Liegestuhltauglichkeit. Also leicht zugänglich sei diese Literatur, leicht lesbar, realistisch eben und marktauglich. Welche Art von Realismus ist das denn hier, den Sie kritisieren? Und welche Bücher zum Beispiel? Also jetzt auch im Gegensatz zur Popliteratur, die Sie gerade beschrieben haben. Ja, das würde ich auch lieber in zwei Schritten machen. Also erstmal populärer Realismus. Als Realismus definiere ich praktisch Realismus als Verfahren, nicht als Abbildungsqualität. Also realistisch ist ein Text dann, ein Erzähltext, wenn man sich mit der Zeichenebene nicht groß auseinandersetzen muss. Also wenn man nicht, was weiß ich, mit Reim und schwierigen Metaphern und sowas zu kämpfen hat, um erstmal zu wissen, was da überhaupt los ist. Also ich sage immer, wenn man Netflix guckt und nicht Arte, dann ist man sozusagen realistisch unterwegs. Man ist sofort in der dargestellten Welt, bei den Figuren, bei den Plots, bei dem, was da abläuft. Und die Textebene spielt im Grunde gar keine Rolle mehr. Und dieser automatisierte Übergang, dass ich im Grunde vergesse, dass ich hier Zeichen lese. Im Gegensatz zu, wenn ich schwierige Lyrik lese oder wenn ich Avantgarde-Literatur lese oder so. Das nenne ich realistisch. Und das ist natürlich eine Voraussetzung für Popularität, für leichte Lesbarkeit. Gleichzeitig gibt es hier ein Problem. Das Problem ist, dass Literatur ja eigentlich Sprachkunst ist. Aber die Sprache selber spielt ja gar keine Rolle mehr. Rebecca Wolkowitz hat mal gesagt, diese Literatur ist born translated. Die ist sozusagen immer schon in einer Übersetzungssprache geschrieben. Es ist eigentlich egal, ob das auf Deutsch verfasst wurde oder auf Portugiesisch. Ja, und man kann es auch verlustlos verfilmen. Es geht also im Grunde nur noch um die Inhalte, um die dargestellten Inhalte und nicht mehr um die Sprache. Und das ist eine Literatur, die sich einfach durchgesetzt hat, würde ich sagen. Die offenbar von uns auch nachgefragt wird. Früher, und das merkt man im Buch am Anfang vielleicht noch an, habe ich das so ein bisschen verachtet, weil ich ja von den Avantgarden her komme als Wissenschaftler. Aber inzwischen würde ich sagen, nein, das ist die Literatur unserer Zeit. Sie ist irgendwie demokratisch gut zugänglich. Dagegen kann man erstmal nichts sagen. Man muss sich jetzt aber überlegen, wenn ich dann immer schon in dieser dargestellten Welt bin, dann muss da ja noch was passieren. Wenn mir sozusagen immer schon klar ist, was diese dargestellte Welt jetzt bedeutet. Und wie ich das eben schon gesagt habe, ich gleich sie sozusagen immer nur damit ab. Da kommt jetzt ein Nazi vor. Okay, ist der Nazi auch böse genug? Ja, okay, dann bin ich zufrieden. Ja, dann wird es langsam trivial. Das heißt, diese Literatur hat immer dann ein Problem, wenn sie sich als Kunst geriert. Solange das Unterhaltung ist, ist es wunderbar und es ist genau dafür geeignet. Aber wie kann daraus jetzt noch gute Literatur werden, die man auch als Kunst, als literarische Kunst betrachten kann? Und da gibt es Kniffe, Kniffe, die die haben, die ich skeptisch sehe. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich baue da schwere Zeichen ein. Sowas wie, ich rede halt über Auschwitz. Es ist zwar eigentlich mehr oder weniger ein Unterhaltungsroman. Es ist alles leicht lesbar und leicht verständlich und ich muss da nicht groß arbeiten. Aber ich habe halt so schwere Themen, ja Auschwitz oder Rassismus oder so. Dann wirkt das wichtiger, als es, also dann erhebt es einen Anspruch auf Wichtigkeit, den es in seinen Verfahren gar nicht einlöst. Sowas zum Beispiel. Es gibt noch andere Sachen. Man erzählt von Genies oder man erzählt davon, boah, von der Wirkung großer Kunst. Dabei ist der Roman selber eben glatt weglesbar, wie sagen wir mal der Vorleser von Schlink oder so. Das sind die Sachen, die ich kritisiert habe als populärer Realismus mit so einer Mitkalt-Tendenz. Genau. Sie reden da auch von Mitkalt. Und das ist ja, glaube ich, ein Begriff, den Umberto Eco auch verwendet hat. Was ist denn nun Mitkalt? Können Sie das mal auf den Punkt bringen? Ja, Umberto Eco benutzt das in einem ganz spezifischen Sinne. Und zwar sagt er, Mitkalt ist eine strukturelle Lüge, die damit darin besteht, dass jemand, der ein Kunstwerk rezipiert, glaubt, er würde ein großer Kunst teilnehmen in diesem Moment. Ja, aber in Wirklichkeit wird ihm nur was Süffiges, leicht Lesbares in unserem Fall suggeriert. Ein schönes Beispiel, was Eco bringt, ist ein Porträtmaler aus dem, so um 1900 rum, der hieß Boldini. Und bei dem haben reiche Leute ihm Porträts ihrer Frauen in Auftrag gegeben. Und diese Porträts hat er so gemacht, dass diese Frauen, wie soll man sagen, ganz traditionell und sehr sexy und mit viel Fleisch und mit viel Ausschnitt und so gemacht wurden, sodass man sich daran im Grunde aufgeilen konnte. Aber dann hat er drumherum so ein paar wirre modernistische Linien gemacht, sodass man das aufhängen konnte und sagen, boah, das ist aber doch große Kunst. Ja, das ist doch moderne Kunst hier. So ist das in der Moderne. Das hat er nur so getan, als ob es, verstehen Sie, das ist Mitkalt. Mitkalt ist immer nur dann gegeben, wenn das Kunstwerk suggeriert, etwas zu sein, was es aber formal dann gar nicht einlöst. Ja, und letztlich ist ja doch die Frage, würde ich sagen, wenn man das sich heute so Kunst, so Literatur anguckt, wird da was verhandelt? Ja, wird da irgendwie, ist da, werden wir in irgendeiner Weise herausgefordert? Oder ist sowieso alles schon immer klar und wir bewegen uns in den Rahmen, in dem wir uns ohnehin bewegen und es passiert nicht viel, wir fühlen uns wohl und fertig. Sie haben ja auch vom Neuen Mitkalt geredet und haben einen Aufsatz mit diesem Titel veröffentlicht in der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik und der hat ziemliche Wellen geschlagen, Impfe, Ton und eine Debatte ausgelöst. Hat Sie das sehr überrascht eigentlich? Das hat mich sehr überrascht, ja. Denn das ist ja eine kleine Zeitschrift, diese Pop, Kultur und Kritik, da hat es einen kleinen und feinen Leser im Kreis und plötzlich ist das so hochgekocht über Twitter, interessanterweise. Erst waren da Leute, die fanden das total toll und dann kam die Gegenreaktion und die gingen dann auch weiter, die gingen dann in die Feuilletons und so und plötzlich dachte ich, oha, oha, ja, jetzt bin ich hier irgendwie in einem, werde ich hier womöglich in eine Ecke gestellt, in der ich nun wirklich nicht sein möchte. Aber zum Glück ließ sich das dann auch wieder einfangen durch Gespräche. Unter anderem hat Hannah Engelmayr dann ein längeres Gespräch mit Florian Kessler, einem meiner schärfsten Kritiker, arrangiert und dann versteht man sich, wenn man lange darüber redet, dann kommt man ja auch zu Übereinkünften und kann auch die Differenzen besser benennen und so geht es auch mir mit anderen Kritikern. Es hat also dann zu einer guten Debatte geführt, würde ich sagen, die auch so unterschwellig noch ein bisschen anhält. Aber erstmal hat mich das total gewundert. Ich glaube, Florian Kessler hatte ja unter anderem kritisiert, dass sie dann doch wieder so eine Unterscheidung zwischen guter und schlechter Literatur und vielleicht irgendwie High und Low aufmachen, die sie ja eigentlich damals, als sie dann anfing, sich mit Popliteratur auseinanderzusetzen, ja auflösen wollten. Und sie haben ja in dem neuen Mit-Kalt-Aufsatz auch sowas beschrieben wie Weltanschauungsblasen, aus denen heraus Literatur gelesen, bewertet und auch wahrgenommen wird und aber auch natürlich entsteht und vermarktet wird und haben sich hier ja so Romane vorgenommen, die sich mit Identität auseinandersetzen. Das hat Ihnen auch viel Kritik eingebracht. Ja, ich glaube, dieser erste Punkt ist nicht so wichtig. High und Low, das ist vorbei. Aber gut und schlecht ist deswegen natürlich noch lange nicht vorbei. Und in der Tat ist es so, dieser Alte mit-Kalt, der zielt ja darauf, ich schreibe, ein Autor schreibt ein Buch und er möchte im Grunde instant Klassiker sein. Er möchte so sein wie die Klassiker, das heißt im Grunde wie alte weiße Männer in der Literaturgeschichte. Und dann werden entsprechende Mittel aufgefahren. Da, wenn man das kritisiert, dann rennt man heutzutage offene Türen ein. Das tue ich in der ersten Hälfte meines Buches. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es praktisch in der neuen, in der jüngeren Literatur, es ähnliche Verfahren gibt. Also es wird auch im Grunde süffig und mit so klassischen Mustern. Ich identifiziere mich mit einer Frau, die irgendwie, was weiß ich, es schwer hat im Leben oder ein Trauma hatte oder irgendwie sowas. Identifikation und die böse Außenwälder, man struggelt da und so. Das sind also triviale Erzählmuster, könnte man sagen, die auch so bedient werden. Ich weiß immer, wo die Bösen sind und wo die Guten sind. Und trotzdem will das große Literatur sein. Und jetzt läuft es aber nicht mehr über diese alten Kunstsignale, sondern es läuft jetzt über sozusagen heiße Diskurse wie, was weiß ich, Rassismus, Feminismus, verschiedene, alles was Traumata erzeugt, solche Dinge. Und das ist ja klar, dass das natürlich anstößiger ist. Also wenn man so will, ist dieser alte Mitkalt zielt auf männlich und weiß. Der neue Mitkalt ist eher weiblich und divers. Muss er ja sein, von der Tendenz her. Und da ist natürlich, wenn ich das jetzt wieder kritisiere, dann ist ja klar, wo da die gefährlichen Bruchstellen lauern. Ja, sie wurden unter Umständen, glaube ich, auch als alter weißer Mann tituliert. Kann das sein? Ja, bin ich auch. Genau. Ich bin 60. Sie haben ja unter anderem, glaube ich, Olivia Wenzels Tausend serpentinen Angst als Beispiel angeführt, wo sie ja die Geschichte einer schwarzen ostdeutschen Frau erzählt, die eben auch mit Nazis zu kämpfen hat im Osten Deutschlands. Das war ein Beispiel. Ja, das war so ein Beispiel, an dem ich das selber eigentlich, an dem mir das selber so aufgefallen ist. Da kommen dann diese Nazis und natürlich, es sind eben dann die Klischees. Es sind die Klischees, die aufgeführt werden. Und auch wenn das alles ja, auch wenn das alles richtig ist. Und deswegen merkt man das ja normalerweise nicht. Man findet das ja gut. Man ist ja selber, man ist ja auf der Seite dieser Figur und ja auch mit Recht. Nur ist das einfach keine sehr gute Literatur, wenn ich sozusagen immer schon weiß, okay, das ist halt schlecht, das ist böse, das ist übel. Da lerne ich nichts, da wird nichts verhandelt. Wenn wir dagegen mal einen Roman nehmen wie, sagen wir mal, Identity von Mithu Sanyal oder so, wo jemand eine Postcolonial Studies-Professorin nur so getan hat, als ob sie indische Wurzeln hat und in Wirklichkeit irgendwie eine biodeutsche ist. Da würde man normalerweise sagen, das geht überhaupt nicht. Ja, geht ja auch nicht. Und in dem Roman ist es aber genau die Versuchsanordnung so, dass die Hauptfigur plötzlich das nicht mehr einfach dagegen sein kann. Und plötzlich steht die Frage im Raum, ja, warum kann ich denn nicht Transrace machen, wenn es auch Transgender gibt und so. Und man muss über diese Dinge dann nochmal ernsthaft nachdenken. Ja, man muss sozusagen nochmal wieder neu verhandeln. Das heißt nicht, dass einfach eine andere und bessere Position angeboten wird. Vielleicht bleibt man auch bei der ursprünglichen Position. Aber sie wird nochmal in Frage gestellt. Und wo das nicht der Fall ist, da denke ich eben, wird es literarisch, lässt die literarische Qualität einfach zu wünschen übrig. Also es muss nachhallen. Es muss auch nochmal mehrere Ebenen und Möglichkeitsräume eröffnen. Das ist dann gute Literatur. Also so ganz grob zusammengefasst. Ich würde sagen, ja, es muss, es muss doch irgendwas passieren. Es muss irgendwas, ich sage immer, es muss irgendwas verhandelt werden. Und jetzt ist das so, das habe ich natürlich sehr stark gemacht in diesem Mitkaltaufsatz. Ich habe es auch relativiert und weiter ausgeführt und differenziert, glaube ich, dargestellt in dem Buch. Und man begibt sich ja in so eine Debatte rein und lernt ja auch selber was. Und eine der Sachen, die ich da glaube ich, wo ich dabei bin, das zu lernen, ist, dass natürlich auch einfach eine Literatur eine Funktion haben kann, die erstmal einfach eine Gruppe in ihrem Selbstverständnis stärkt und bestärkt und so. Also das hat dann andere Funktionen. Und insofern ist natürlich diese Frage nach den Maßstäben, nach denen man Literatur beurteilt, auch ganz richtig. Und immer so ein bisschen schwebt da immer mit drin, diese Schriften, über die wir jetzt reden hier von mir. Anders heißt das Pop-Handbuch, was ja ein rein wissenschaftliches Werk ist. Diese anderen Bücher sind natürlich irgendwie zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik. Das heißt, diese Wertung, ohne die das natürlich auch diese Wirkung nicht hätte, die ist da immer drin. Aber die Wertung ist natürlich nie ganz hundertprozentig zu belegen. Es ist ja auch so, ich meine, Geschmack ist ja eine ganz unwissenschaftliche Kategorie. Und trotzdem entscheidet ja Geschmack oft auch, naja, zumindest bei Leserinnen und Lesern eben über gute und schlechte Literatur. Sie haben das jetzt hier versucht auch und versuchen das ja, machen das ja auch in Ihren Büchern also genau zu beschreiben. Und trotzdem hat ja, denke ich mal, jede Art von Literatur auch Ihre Berechtigung. Ja, das ist… Oh Gott. Also ich teile das in zwei Dinge auf. Erstens Geschmack und zweitens Berechtigung. Geschmack, sagen Sie, ist eine unwissenschaftliche Kategorie. Das stimmt natürlich nicht ganz. Geschmack ist im Grunde eine ästhetische Kategorie. Geschmack ist das Vermögen zu ästhetischen Urteilen. Und ästhetische Urteile, da gibt es ja dann was, weiß ich, von Kant und anderen gibt es eine ganze, so eine ausführliche Disziplin, gar nicht eine ganze philosophische Disziplin, die sich damit beschäftigt, weil ästhetische Urteile offenbar nicht dasselbe sind wie Sachurteile und wie ethische Urteile und wie reine Urteile über das Angenehme schmeckt gut oder so. Sondern ästhetische Urteile sind irgendwie dazwischen. Das heißt, da spielen Begriffe eine große Rolle, aber sie sind nicht vollständig begrifflich ausführbar. Ich kann und muss viel argumentieren, wenn ich sage, das ist gute Kunst, aber letztlich bleibt da immer ein Rest, zu dem ich niemanden zwingen kann und zu dem mich auch niemanden zwingen kann. Ich weiß bei bestimmten Dingen, bei irgendwelchen Opern oder so, das ist bestimmt große Kunst, aber Gottes Willen, bleibt mir weg damit. So würde ich das sagen. Also das ist schon auch theoretisierbar, aber es ist halt nicht begrifflich zu erzwingen, so wie ein Sachurteil zum Beispiel. So würde ich diesen Unterschied machen. Ja, und das, was war nochmal der zweite Punkt jetzt? Jetzt muss ich selber mal überlegen. Ah, Berechtigung, Geschmack und Berechtigung. Genau, hat alles seine Berechtigung. Okay, man könnte natürlich erstmal sagen, ja, alles hat seine Berechtigung. Aber, also es gibt verschiedene Dinge, die mich da zögern lassen. Das eine ist sozusagen mein Beruf. Ja, man hat also viel Geld und Energie und so in mich gesteckt und tut es nach wie vor, dass ich besser lesen kann als andere. Ich bin so ein Leseprofi. Ja, so wie andere Leute, was weiß ich, beurteilen können, ob die Hausdämmung gut ist, kann ich beurteilen, ob ein Text gut ist. Und das habe ich besser gelernt als andere Lesende. Und jetzt geht es ja, wie gesagt, wenn man nur zum Vergnügen liest und so weiter, alles wunderbar. Damit hat ja auch niemand ein Problem. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Mitkalt-Ding. Wenn aber jemand etwas sozusagen unter falschen Vorzeichen ins Rennen schickt und sagt, das ist aber jetzt hier, was weiß ich, große Literatur oder das ist irgendwie bedeutend und das ist genauso. Dann komme ich und sage, ja, Moment, 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 jetzt gucken wir uns doch mal an, wie funktioniert das wirklich? Wie ist hier das Zeichenverhältnis? Ist das trivial oder nicht trivial? Und dann komme ich natürlich in die Position, dass ich bestimmten Leuten, die das gut finden, sagen muss, hört mal zu, das ist aber gar nicht so gut, wie ihr das sagt. Und zwar aus den und den Gründen. Und da würde ich sagen, habe ich eben eine wissenschaftliche und kann einfach vielleicht auch sagen eine professionelle, eine Fachposition, die die normale Leserin erstmal so nicht mitbringt. Und wenn wir jetzt ein bisschen von der Literatur weggehen, dann sehen wir dieses Problem der niedrig qualifizierten Meinungsblasen, wo man erstmal sagen kann, lass sie doch alle glauben, was sie wollen, dass das auch sonst verbreitet ist. Das hat es auch bei Corona gegeben und es gibt es beim Klima und es gibt es bei solchen Sachen. Und da sieht man, wenn man das so sich anguckt, man könnte sagen, im ästhetischen Bereich ist doch egal. Lass sie doch alle machen, wie sie wollen. Aber ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also ich denke, nein. Also einerseits ja, natürlich, sollen sie machen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch das Bedürfnis, das Recht und vielleicht hilft es ja auch, mich sozusagen als jemand, der sich da sehr gut auskennt, als was weiß ich, was bei Corona die Virologen waren, mich da sozusagen einzubringen in diese Debatte. Und das scheint mir auch vernünftig, denn dadurch wird die Kultur besser und dadurch wird letztlich vielleicht auch sogar die Literatur besser, wenn sie gute Leser und Leserinnen hat. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Popliteratur zurückkommen. Popliteratur wird ja heute kaum noch irgendwas benannt, ja, so konkret. Sie können mir da gerne widersprechen, aber ich glaube, so das Label Popliteratur ist irgendwie vorbei und trotzdem gibt es ja weiterhin Popliteratur. Und ich habe einen Preis entdeckt, nämlich den Preis, den Deutschen Popliteraturpreis, den das Literaturhaus Augsburg vergibt. Und der hat so den schönen Untertitel Deutscher Popliteraturpreis für Magic, Pop und Ewigkeit. Fand ich sehr schön, so ironisch selbstbewusst. Und nennt sich auch Deutschlands wichtigster Buchpreis in der Hauptstadt der Popliteratur. Also Popliteratur ist tot, es lebe die Popliteratur. Ja, ich kenne den Preis und weiß, was diese Leute da machen und was sie umtreiben und finde das auch eigentlich gut. Warum soll man nicht in dieser praktisch so einer Art Sparte aufmachen und da den Preis vergeben? Das Problem ist natürlich sofort klar. Einmal haben sie es benannt. Das, was in den 90er Jahren Popliteratur hieß, das gibt es heute so nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. In den 90er Jahren gab es einfach das Internet noch nicht. Wir konnten noch nicht sofort googeln und so. Das heißt, diese ganze Form der Distinktion, dass ich praktisch diese entlegenen Songs kenne oder dass ich diese Assoziationen aufmachen kann, das haben wir heute in der Weise überhaupt gar nicht mehr möglich. Denn wenn ich irgendwie eine Band nicht kenne, dann gucke ich ganz schnell bei Wikipedia und bei YouTube. Nachher dann kenne ich sie. Ja, brauche ich drei Minuten für. Und das heißt, eine bestimmte Form von Distinktion ist weg. Und wir haben die sozialen Medien, die eine ganz neue, also wir sind einfach in einem neuen, man würde sagen, dispositiv. Und die Frage ist, was ist mit Pop geworden? Und ich glaube, was nach wie vor, was es eben nach wie vor gibt, sind diese Strukturen, die ich am Anfang versucht habe, so zu erklären als solche Parastrukturen. Also Strukturen, die nicht einfach was abbilden realistisch, sondern die im Grunde so kulturelle Äquivalenzen aufmachen, kulturelle Räume entwerfen. Auch zum Beispiel dadurch, dass man die Geschichte so erzählt, wie sie eben gerade nicht abgelaufen ist. Also es nicht besser weiß, sondern dann praktisch die eigene Welt muss ich dann vergleichen mit dieser fiktiven Welt. Und dann erscheint mir das alles irgendwie neu und neue Bedeutungen tauchen auf. Ich glaube, das sind so Strategien, die man nach wie vor dem Pop irgendwie zuschreiben könnte. Aber im Prinzip würde ich auch sagen, ich würde heute auch nicht mehr diese Schublade Pop-Literatur aufmachen. Wenn dieser Preis das macht, dann macht er das, glaube ich, in dem Bewusstsein, dass es genau so ist und dass sie jetzt trotzdem sagen, also diese Leute, die kriegen so selten mal einen Preis, dann sollen die wenigstens bei uns eine gute Chance haben. So würde ich das auch verstehen. Ja, noch zum Schluss die Frage, haben Sie denn zuletzt einen guten Roman gelesen, wo Sie sagen würden, das ist Pop, auch wenn es nicht draufsteht? Ja, aber das mache ich dauernd. Ich bin ja noch in der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse, auch eine Sache, die ich dieser Debatte zu verdanken habe. Da kommen mir ständig interessante Bücher unter. Oder habe ich jetzt im anderen Zusammenhang, habe ich jetzt von Jenny Wall, einer norwegischen Autorin, die auch Popmusikerin ist, einen Roman gelesen, der heißt Gotthassen. Ja, wenn das kein Pop ist. Also Pop jetzt im weiten Sinne mit Punk und Metal mit drin, dann weiß ich auch nicht und ist ganz toll. Okay. Vielen Dank, Moritz Basler, Literaturwissenschaftler an der Universität Münster und Herausgeber des Handbuch Literatur und Pop. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie mit mir gesprochen haben. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie der Feminismus in den Pop kam und wie Frauen die Popliteratur prägten und vielleicht prägen. Danke an alle, die uns zugehört haben. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Tschüss.